ARIF Weißt du, es gibt da eine Sache, die habe ich dir nicht gesagt, wegen Familie und Verantwortung und so. Ich fühle mich auch ganz mies, aber weißt du, dein Profil hat für mich alle Kriterien erfüllt, die ich mir vorstelle, für den Vater meines Kindes. Hast du auch ein Kind? Nee. Aber ich will eins. Ich bin ja gar nicht sicher, ob es geklappt hat, ja. Wobei, also rein vom Zyklus her müsste es heute ganz gut ausschauen. Werf deine Sachen mal kurz in die Waschmaschine, ja? Du bist böse, gell. Du, ähm, ich spring kurz unter die Dusche und dann red mal einfach ganz in Ruhe drüber. Okay? Ich bin ja gar nicht sicher. Ich bin ja gar nicht sicher, ob es geht, sondern ich bin ja gar nicht sicher. Danke.